Das kann doch nicht sein, ey. Mein Paket! Moin moin und herzlich willkommen zu meiner Angespiel-Serie. Ich bin KG und heute spielen wir Deliverance Service. Das ist ein Spiel, was es aktuell bei Steam gibt, befindet sich in der Beta. Ich werde euch den Link auf jeden Fall in die Beschreibung unten packen. Und dann könnt ihr ja vielleicht euch es auch mal downloaden und mal testen. Ja, wir spielen einen Paketzusteller, wo wir zuverlässig Pakete zustellen müssen. Und mit den Wundern der Physik-Engine und ungewöhnlichen Objekten oder Fahrzeugen oder Maschinen, davon war die Rede, uns den Weg dahin bahnen müssen. Ich hoffe, ich habe das mal richtig verstanden und rübergebracht. Ich würde mal sagen, dann steigen wir einfach mal ins Spiel ein. Bin sehr gespannt. So. Ja, ich bin auf jeden Fall dabei. Ui, wie sehe ich denn aus? Kann man hier auch einen anderen wählen? Ich bin bereit. So. Wir spielen natürlich alleine. You can unlock new clothing by completing deliveries. Also das heißt, wenn wir wahrscheinlich abgeschlossene Aufträge haben, dann kriegen wir neue Kleidung, so wie das aussieht, soweit ich das richtig verstanden habe. Wie gesagt, Leute, es ist noch eine Beta. Und die gibt es umsonst bei Steam zum Runterladen. Ich werde euch den Link in die Beschreibung unten packen. Dann könnt ihr direkt darauf zugreifen. So. Jetzt gucken wir uns hier mal an, was wir jetzt machen müssen. Ähm. Ja, 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 ja. Kann man hier was wählen? Ne, anscheinend wohl nicht. Mal gucken hier. Also die Steuerung, die ist ziemlich hakelig. Oh, ein neuer Recruit! Ähm. Wir müssen... Ähm. Hold. More to grab. Ähm. Get to work by pushing the joystick on the machine. Also wir müssen, ähm, den Steuerknüppel an der Maschine anscheinend hier drücken. Oder halten. Oder wie auch immer. Ja. Hold LMB to grab. Äh, linke Maustaste. Aha. LMB heißt immer Left Mouse Button, soweit ich das mal rausgekriegt habe. So. Ähm. Ui. Jetzt habe ich mich aber erschrocken. Was ist das denn? Ein Paket? So. Dann müssen wir, äh, äh. Man hat jetzt irgendwie hoch, hä? Äh. So. Ah. Wir müssen den Maust-Button drückt halten und, ey. Okay. Müssen wir das jetzt hier reinstecken oder worin müssen wir das tun? Hahaha. Okay. Ich denke mal, das ist so eine kleine Einleitung hier irgendwie. Oh, wir haben Hair-Kosmetik, ähm, freigeschaltet. Wir können mit F, ähm, ähm, uns auf den Boden schmeißen und heulen anscheinend. Ähm. Ähm. Okay. Wir müssen wahrscheinlich da hinten hin. hin. Heuuu. 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 Wenn wir hier rein. Ach so. Wir hören auch anscheinend Rennen. muss ich mal gucken, ob ich das gleichzeitig hier drücken kann. Ah, da ist der nächste Automat. Meine Güte, also das Ding, hier, das ist noch nicht wirklich so ausgetüftelt hier. Stables and more stables for the office. Jawohl. Dann müssen wir dieses Paket wahrscheinlich hier reinpacken. Das kann ja lustig werden. Wie packe ich das denn hier rein? Irgendwie schmeißen oder so? Oh, das ist erschrocken. Da ist ein bisschen laut alles hier. Ich glaube, ich muss das mal ein bisschen leiser stellen. Ich wollte nicht zu den Steuerungen. Ich wollte, ähm, hallo. Ich will die Steuerung nicht ändern, sondern ich möchte die Musik leiser haben. Und die Soundeffekte. Ja, anscheinend ist das noch ein bisschen fehlerhaft hier. Naja, wir gucken mal, äh, wie wir das Paket hier drauf kriegen. Ne? Das Zeug, das... Wie kriegen wir den Mist jetzt hier drauf? Ah! Ja, stimmt. So. Ja, das geht doch. Können wir jetzt mit dem Ding ja auch noch fahren, oder was? Ich hoffe mal. Das stimmt hier rein. Steuerknüppel drücken. Oh, was ist das Honk? Ach, das ist Hupen. Ja, okay. Oh, ich muss die ganze Zeit den linken Mausbutton gedrückt halten und dann noch... Ja, wo müssen wir denn jetzt hin? Das kann doch nicht sein, ey. Ja, mein Paket. Alter Schwede, ey. So. Wieder rein hier. Die Wand hat noch. Ja, Arm hochhalten und dann rein mit dem Ding. Also die Physik-Engine, die ist, äh... echt übel. Wir probieren mal. So. Jetzt müssen wir aber vorsichtig... Oh, da müssen wir richtig vorsichtig fahren, hier. Mit dem Ding, äh... Das darf nicht wahr sein, ey. Äh... So. Leute, das sieht, äh... Sieht gar nicht so leicht aus, hier. So. Nein, nicht über den Gulli-Deckel. Wir fahren... fahren hier zu diesem... So. Dann können wir aussteigen, hier. Oh, der läuft alles, wenn der besoffen wäre, ey. Was ist das denn? Ja, komm her, du blödes Paket. Hui. So. Ab in dem Ding, hier. Zack. So, was müssen wir als nächstes machen? You unlocked, äh... Lip Cosmetic, you... Ähm... Customized. Ja, also ich... Anscheinend, äh... Mein Aussehen noch ein bisschen verändern. Ähm... Überall, wo so ein rote Ding ist, müssen wir anscheinend hin. Das ist noch der nächste. Nach vorne. Aber zuerst nicht mit dem Auto fahren, das ist ja... echt... übel. Oh, schon wieder ein Auto. So. So, dann... Lass uns mal das Paket hier... Ach... Jawoll. Fall nicht rein. Äh, ich mein, fall nicht raus. So. Müssen wir jetzt da vorne hinfahren. Anscheinend. Jetzt hab ich mich erschrocken. Ich bring das so hin. Ich hoffe, das klappt. Ja, wir können auch da hinrennen. Oh, 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 Krebs, was will der denn? Ich hoffe, der ist nicht bösartig. So, haben wir das auch abgeliefert. So, wo sind wir jetzt hier? Wo müssen wir als nächstes hin? Da vorne. Da ist der nächste Paket. Ja, wenn man so hier hochfliegen kann, ist bestimmt auch geil. Dann gleich mal ausprobieren. So. Ist jetzt hier. Ich hab doch gedruckt. Was ist das denn für ein Ding? Wie ein Staubsauger aus. Was? Ist das zu schwer für dich, oder was? Komm. Dann kriegen wir gar nicht da rein, Alter. Wo müssen wir denn hin? Ansonsten, ähm, wenn ich das jetzt... Ja, anscheinend ist das zu schwer für uns. Oder irgendwie mit zwei Armen. Können wir da mit zwei Armen machen? Ne, kriegen wir nicht hoch anscheinend. Ne, kriegen wir nicht hoch anscheinend. Ne, wir müssen anscheinend... Anscheinend fahren wir das mal, ähm... So ein mies, wir können doch nicht mal, äh... Ja, so geht's auch. Aber so könnte ich das Auto nicht mehr bedienen. Ähm... Ja. Geht. Ich hoffe, das fällt nicht raus. Ganz vorsichtig fahren hier. Ja, wo muss ich denn hin jetzt? Was? Das ist schon blöd. Man... Ach, da ganz oben, oder wat? Da dann... Nein. So, fallen wir nicht hier raus. Das muss man jetzt bestimmt hier außen rum... So ein Shit. Warum ist er denn jetzt hier? Oh man! Ein blödes Paket hier. Ähm... Ja, wie kommt man denn da hin überhaupt? Ah, ich glaube, wir müssten da hier... in dieses... Ziel-Dingsbums da rein machen. Mal gucken, ob wir... Ja, komm. Stell dir die so an. Schaffst du schon. Ich hoffe mal jetzt... Ist das so richtig hier? Anscheinend nicht. Wie kommen wir jetzt da hin? Ich weiß es nicht. Ja, meine Freunde. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt ein Däumchen hoch. Ähm... Wenn ihr Lust habt, dieses Spiel auch mal zu spielen. Wie gesagt, ich werde euch den Link in die Beschreibung packen. Und dann könnt ihr selber mal ausprobieren. Ne? Abonniert mich, wenn ihr nichts verpassen wollt über die nächsten angespielt Spiele. Dann, äh... Aktiviert die Glocke. Und ich sag mal, bis dahin. Ciao, ciao! Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.